Gehen wir noch mal an den Moment zurück, in dem du heute anrufst. Wie lief es ab? Ich habe am Telefon gewartet und gemerkt, ich bin in dem Zwischenraum, wo es sein kann, dass man vielleicht dran kommt. Und dann habe ich auf einmal so versetzt gehört, sie ist dran und da habe ich auch etwas gehört. Und dann bin ich halt so. Ist es da hinten gelaufen? Geht ihr mal mit. Machen wir noch schnell das Licht an? Im stillen Nördchen habe ich den Kugelblitz gesagt. Und als er sagte, wo du sitzt, dann habe ich zuerst gesagt, ich habe es nicht gesagt, wo ich sitze. Auf dem WC hast du die 10'000 Franken gewonnen. Genau. Und die Kinder haben mir gerufen, Mama, wir gehören immer versetzt. Und dann bin ich aus und habe gesagt, hey Kinder, wir haben sie. Eine Geschichte, die man wahrscheinlich noch ein paar Jahre lang erzählen wird. Auf jeden Fall. their bacon, ja. ระ kriegeln, die, aliere, oder eine obligertes untertitelung.